Willkommen zurück bei Tudat. Heute habe ich zwei Themen für euch, die den einen oder anderen interessieren werden. Und zwar das eine Thema ist, wo finde ich meine US-Cars im Internet? Da möchte ich euch einfach zeigen, wie ich nach meinen Fahrzeugen suche, auf welchen Plattformen ich unterwegs bin. Das zweite Thema wird sein, wo finde ich meine Ersatzteile für mein Fahrzeug. In Deutschland nicht immer ganz einfach, das passende Teil für einen US-Cars zu finden, aber ich zeige euch, wo ihr es findet und auf was ihr vielleicht achten könntet. Und vergesst nicht, um diesen Kanal zu supporten, klickt auf Gefällt mir, abonniert den Kanal oder drückt die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Auf geht's! Okay, starten wir mit Plattformen aus Deutschland. Autoscout oder Mobile, die sind so die meist bekanntesten Plattformen. Auf den beiden Plattformen suche ich natürlich auch recht häufig nach Fahrzeugen. Für mich ist wichtig bei der Suche, dass ich ein Fahrzeug finde, was nicht über meinem Preisrahmen drüber ist. Das sucht dann natürlich aus, okay, was will ich überhaupt für ein Fahrzeug haben. In meinem Fall, ich mag halt Fahrzeuge der Marke Ford, die amerikanischen, nicht die deutschen. Dann bin ich zum Beispiel jemand, der gerne auf Pickups steht. Deswegen suche ich mir aus der F-Serie einen passenden Pickup. Mein Favorite da ist der Ford F-150. Was dann interessant ist natürlich, was für Baujahre finde ich, finde ich ganz cool. Natürlich sind die neueren Fahrzeuge auch alle richtig cool, aber die liegen halt weit außerhalb meiner Preiskategorie. Deswegen beschränke ich mich dann halt auf Fahrzeuge, die nicht so aktuell sind, sondern eher etwas ältere Modelle. Dann ist natürlich wichtig, was möchte ich überhaupt ausgeben? Nehmen wir mal als Beispiel alles unter 10.000. Jetzt habe ich hier angezeigt, okay, F-150. Hier gibt es gerade vier Stück auf dem Markt, die bis Baujahr 2014 gehen und die um die 10.000 Euro liegen. Das sind natürlich meistens die ganz alten Modelle. Auch cool, aber ich brauche etwas, was ein bisschen moderner ist. Und seien wir mal ehrlich, vier Anzeigen ist jetzt wirklich nicht die große Auswahl. Wie ihr in einem meiner anderen Videos gesehen habt, suche ich meine Fahrzeuge eigentlich immer im Ausland, im EU-Ausland. Meistens in Holland oder Belgien. Da vergrößert sich natürlich meine Trefferquote an Fahrzeugen, die vielleicht nicht passen können. Deswegen suche ich meistens in Europa. Und man muss natürlich bedenken, wir brauchen dafür ja noch die deutschen Papiere und den TÜV und das kostet natürlich auch noch mal sein Geld. Jetzt habe ich schon anstatt vier Autos 20 Fahrzeuge zur Verfügung. Und da fangen auch schon an, die Baujahre zu kommen, die mich interessieren. Hier haben wir zum Beispiel einen aus Holland, der nur 7.000 Euro kostet, 140.000 Kilometer gelaufen ist und erstmal einen okayen Eindruck macht. 140.000 Kilometer, also ich kann nicht glauben, dass ein Modell von 2002 nur 140.000 Kilometer gelaufen sind. Das sind oftmals Meilen und da kann man eventuell, wenn Bilder vom Innenraum vorhanden sind und vom Dashboard, kann man schon sehen, okay, anhand des Tachos, die außenliegenden Ziffern, wenn man erkennt, okay, das sind Meilen und die innenliegenden Ziffern, das sind Kilometern, dann heißt das, dass das Fahrzeug Meilen gelaufen ist. Und dementsprechend notieren manche im Internet dann die Angaben, es sind eigentlich Meilen. Wenn ich ein Fahrzeug suche, was mir gefällt, dann achte ich weniger auf die Kilometerlaufleistung, sondern eher auf den allgemeinen Zustand. Wie schaut das Fahrzeug optisch schon mal aus? Denn die Motoren sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Und deswegen ist die Kilometerlaufleistung eher zweitrangig. Wenn man immer einen guten Service macht von dem Fahrzeug, Ölwechsel, Ölfilterwechsel, die Steuerketten mal alle 100.000 bis 150.000 Kilometer reichen bei diesem Fahrzeug aus. Wenn man die wechselt, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Und da kann auch ein Fahrzeug mehrere hunderttausend Kilometer gelaufen sein. Mein altes Fahrzeug hatte zum Beispiel 290.000 Kilometer auf dem Tacho. Ich habe einfach nur Ölwechsel machen müssen, die Steuerketten gewechselt, was ziemlich einfach bei diesen Modellen ist. Und der Motor lief einfach einwandfrei. Natürlich sind das etwas ältere Fahrzeuge, bei denen ist immer mal was dran, aber selbst hier deutsche Fahrzeuge, Mercedes, BMW oder sonst was, mit den Baujahren haben manchmal ihre Probleme und brauchen da ihre Ersatzteile. Genau das gleiche mit den Amis. Richtig ist noch bei der Suche, dass wenn ihr ein Fahrzeug gefunden habt, was im Ausland liegt, lasst euch nicht von der Optik täuschen, wenn da irgendwie eine Bulba dran ist oder irgendwelche Zusatzscheinwerfe, andere Chromfelgen, die 24 Zoll oder sonst was haben. Die sehen zwar cool aus, wird aber schwierig mit der TÜV-Zulassung. Deswegen guckt, dass ihr einfach ein Basic-Fahrzeug findet, was ausschaut wie ein Originalmodell, was nicht so stark verbastelt ist. Wenn man so ein Fahrzeug importiert und umbaut und über den TÜV bringt, abgesehen vom technischen Zustand, die Dinge, die man daran erledigen muss, da liegt man, wenn man es selber macht, so um die 600-700 Euro, wenn man das jemandem machen lässt, liegt man ungefähr bei 1000 bis 1300 Euro, die natürlich dann noch auf den Kaufpreis oben drauf kommen. Aber, wie gesagt, man hat mehr Auswahl, wenn das passende Fahrzeug dabei ist und der Preis gering ist, dann ist der Mehraufwand, den man dafür betreiben muss, um ihn in Deutschland zuzulassen, jetzt auch nicht der größte. Also die Suche, die ich jetzt hier gemacht habe, die funktioniert natürlich auch auf anderen Plattformen hier aus Deutschland. Seid einfach ein bisschen offener, denn US-Fahrzeuge sind halt rar in Deutschland oder in Europa und deswegen findet man vielleicht nicht immer genau das perfekte Fahrzeug. Es sei denn, man hat die Zeit und hat keinen Stress bei der Suche. Ein weiterer Tipp von mir ist, eBay Kleinanzeigen klingt jetzt vielleicht blöd, aber dort findet ihr viele Fahrzeuge hier aus Deutschland und viele Ersatzteile für euer Fahrzeug. Ihr habt hier oben die Suchleiste, da gebt ihr einfach ganz normal eure Modellbezeichnung ein. In meinem Fall ein Ford F-150 und dann kriegt ihr an der Seite Kategorien gezeigt. Wir suchen jetzt gerade nach einem Fahrzeug, deswegen schauen wir unter Autos nach und dort können wir an der Seite links ein paar Parameter eingeben, die uns wichtig sind beim Kauf, was wir gerne hätten. Ich lasse das jetzt mal hier so offen, jeder kann ja selber schauen, was ihm passt, aber man sieht, okay, einige Fahrzeuge dabei, die aus Deutschland kommen, von jeder Baureihe eigentlich und die sind auch im Gegensatz zu Autoscout und Mobile oftmals auch ein Ticken günstiger von den Preisen her. Okay, aber was ist, wenn mein Budget noch geringer ist, ich trotzdem aber nicht darauf verzichten möchte, ein amerikanisches Fahrzeug zu fahren? Dann gibt es eigentlich nur die einzige Möglichkeit, das sind Fahrzeuge aus dem Ausland. Ich suche meine Fahrzeuge, wie gesagt, in Holland und Belgien. Mein auf einer Seite kombiniert, das heißt, ihr gebt nur einmal ein, was ihr sucht und ihr bekommt dann die Ergebnisse von allen anderen Seiten auch zu sehen. Die Seite nennt sich Gaspedal.nl. Ich selber kann kein holländisch, aber ich glaube, die meisten Einstellungsmöglichkeiten sind eigentlich schon selbsterklärend, weil sie nicht viel anders sind, als die bei uns in Deutschland. Ich suche meine Marke aus. Hier unterscheiden die meisten Plattformen im Ausland unter Ford und Ford USA. Zum Beispiel bei meinem Fahrzeug. Wir wollen natürlich ein Ami haben und deswegen suchen wir unter Ford USA, suchen unser Modell raus und mehr gebe ich meistens nicht ein. Natürlich werden uns die besten Modelle hier angezeigt, aber die Preiskasse kann selbst nicht zahlen und deswegen suche ich meistens vom Preis von niedrig nach oben. Und schon sehen wir, okay, wir können hier einen F-150 für unter 5000 Euro bekommen. Hier sehen wir einfach schon mal, okay, hier kriegen wir viel mehr Auswahl als in Deutschland und es sind auch ein paar coole Fahrzeuge dabei. Viele der Fahrzeuge aus Holland haben natürlich eine Gasanlage verbaut. Bei manch einem älteren Modell wird dabei eine Gasanlage verwendet, die wir leider hier in Deutschland nicht eintragen können. Deswegen ist es immer ein gutes Zeichen, wenn wir nach LPG G3 suchen. Das sind meistens die Gasanlagen, die wir hier in Deutschland auch zulassen können. Aber nicht alle können wir hier in Deutschland zulassen. Deswegen schaut einfach bei der Suche nach. Wenn ihr vor Ort seid, guckt erst mal, dass ihr die Papiere einsehen könnt vor Ort, dass ihr die Gasanlage euch notiert, was für ein Modell ist das. Wenn ihr schon einen Einblick in den Motorraum bekommt, guckt danach, ob ihr irgendwelche E-Prüfzeichen auf der Gasanlage findet. Das ist meistens schon mal ein gutes Zeichen, dass ihr später keinerlei Probleme bei der Zulassung bekommt. Wichtig ist noch, wenn ihr diese Fahrzeuge sucht. Wir sehen hier, dieses Fahrzeug kostet 8.500 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kommt da drauf nochmal die holländische Steuer. Das sind 21% in Holland, die dann nochmal on top kommen. Das Ganze nennt sich BTW bei denen, also die Mehrwertsteuer. Wenn ihr in der Anzeige findet, exklusive BTW heißt das, dass auf den Kaufpreis nochmal die 21% Steuer oben drauf kommt. Das wird oftmals hinter dem Kaufpreis notiert, damit jeder Bescheid weiß, okay, da kommt nochmal 21% Steuer oben drauf. Okay, das waren meine Tipps, wie ich nach Fahrzeugen im Internet suche, gerade im Ausland. So, jetzt das zweite Thema. Wo finde ich passende Ersatzteile für mein Fahrzeug? In Deutschland nicht ganz einfach, Teile für deinen US-Card zu bekommen. Natürlich gibt es die ein oder anderen Seiten hier in Deutschland, die Teile verkaufen. Die sind meistens aber etwas teurer als in den USA. Früher habe ich meine Sachen einfach bei ebay.com in den USA gesucht und dann über einen Importeur, der in den USA sitzt, nach Deutschland verschicken lassen. Das hat meistens nochmal so 10% Provision gekostet, war aber dennoch etwas günstiger als manch ein Anbieter hier in Deutschland. Momentan suche meine Teile bei ebay Kleinanzeigen, wo es eine Vielzahl an US-Card-Besitzer gibt, die ihre Gebrauchteile verkaufen. Bei ebay selber gibt es natürlich auch ein paar Parts, die dort angeboten werden, aber dennoch nicht alles, was man benötigt. Die mir bekannten Seiten in Deutschland sind zum Beispiel KTS-Parts. Die haben eine große Auswahl an Fahrzeugteilen, die innerhalb von zwei bis drei Tagen meistens bei einem Zuhause vor der Tür liegen. Die sind jedoch etwas teurer als die Teile, die man dann in den USA bekommt. Oder zum Beispiel Mike & Franks. Hier gibt es auch viele, viele US-Card-Teile zu bestellen. Mein Geheimtipp jedoch ist rockauto.com. Die meisten Teile, die ihr dort findet, kommen aus den USA und ihr findet eigentlich alles, was ihr benötigt. Von der kleinsten Dichtung oder Schraube bis hin zu großen Teilen. Bei Rockauto braucht es maximal drei bis sieben Tage, bis deine Sachen, die du bestellt hast, bei dir zu Hause ankommen. Also ziemlich flott, finde ich. Das waren ein paar meiner Anlaufstellen, wenn ich nach Fahrzeugen suche oder nach Ersatzteilen. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen heute ein bisschen weiterhelfen bei der Suche nach seinem US-Card. Wenn euch das Ganze gefallen hat, drückt auf gefällt mir, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet oder was ihr mal interessant findet. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao!